Mein Name ist Karina Smigla-Bubinski und ich fühle mich sehr geehrt, hier zu sein, an diesem wunderbaren Ort. Ich möchte Ihnen ein wenig über meine Entwicklung erzählen, damit Sie eine Vorstellung über meine Interessen, meinen Arbeitsprozess und meine Methoden bekommen. Begonnen habe ich mit Malerei. In Krakau lernte ich den klassischen Teil der Kunst kennen, die historische Maltechniken, das Aktzeichnen, die Kunstgeschichte. In München ging ich zur abstrakten Malerei über und hier hat sich für mich eine neue Tür zu einer völlig anderen Welt der Farben eröffnet. Da wollte ich die Mechanismen dahinter verstehen und startete eine künstlerische Grundlagenforschung. Ich wollte verstehen, was genau ist diese Farbe. Es dauerte dann nicht mehr lange und ich fand mich zwischen Wellen und Teilchen des Lichts. Ziemlich bald darauf stellte ich mir die Frage, wieso soll ich mit Farbe und Leinwand einen Raum oder eine Bewegung vortäuschen, wenn ich anstatt der Ölfarbe das Licht und anstatt eines vorgetäuschten Raums einen realen Raum nehmen kann. So baute ich eines meiner Bilder in einer Galerie nach. Tüllbahnen übernahmen die Funktion der Malschichten und farbiges Licht von Diaprojektoren war die Farbe. Das war meine erste Installation und zugleich war sie eine interaktive, da ich beschloss, die Besucher zwischen den Tüllbahnen gehen zu lassen, um quasi eine Animation zu erzeugen. Das brachte mich 2000 zum Theater, wo ich bis 2008 das Videobühnenbild machte. Jedes Mal, wenn ich gefragt werde, welche Art von Künstler ich bin, kann ich das nicht kurz beantworten. Ich mag es auch nicht, mich da festzulegen. Aber ich denke, wenn überhaupt, dann der Begriff Intermediakünstler könnte am besten funktionieren. Mein Repertoire beinhaltet klassische und moderne Kunstechniken. Ich bewege mich zwischen digital und analog. Und das gibt mir auch die Freiheit, die Technik zu benutzen, die am besten zum jeweiligen Projekt passt. Das Medium ist auch die Message. Ich habe keine Angst, die Techniken oder die Welten zu mischen oder sie sogar auszutauschen. Ich mag die unorthodoxen Vorgehensweisen, die dazu führen, neue, faszinierende Sichtweisen zu ermöglichen. Meine Themen sind die von heute, aber ich behalte unsere subjektive Sichtweise im Blick. Und das ist die Blackbox unseres Kopfes. Wir versuchen zu verstehen, was außerhalb der Box vor sich geht. Aber dafür müssen wir zuerst auch verstehen, was da drin vorgeht. Eins, was wir tun können, ist, unsere Wahrnehmung und die Erfahrung der anderen zu erweitern. So gesehen können wir die Welt in kubistischer Manier zusammenbasteln. Und so hoffen wir auch, dadurch der Realität näher zu kommen. Ich als Künstler, meine primäre Wahrnehmung ist die Visuelle. Ich denke in Bildern und artikuliere mich auch auf diesem Weg. Manchmal richte ich die Sicht nach draußen und positioniere mich dazu. Manchmal richte ich den Fokus nach innen und schaue der Wahrnehmung oder dem Bewusstsein bei der Arbeit zu. Ich mache Kunst, um mit den anderen in Kontakt zu treten. Wo Informationen nicht nur in eine Richtung fließen, Künstler, Kunstwerk, Betrachter, sondern durch den interaktiven Charakter meiner Werke bekomme ich eine perfekte Verbindung, wo Künstler und Besucher sich im Kunstwerk treffen und sie sich gegenseitig beeinflussen, um etwas immer wieder Neues zu erschaffen. Ich mag den Zustand, dass meine Kunst ohne den Besucher gar nicht funktionieren kann. So bin ich diejenige, die das Loch ins Wunderland gräbt. Aber dem weißen Kaninchen folgen oder hineinspringen, das müssen sie schon selber tun. Wie tief so ein Kaninchenloch sein kann, möchte ich Ihnen am Beispiel von Edda zeigen. Ada ist ein Ballon versehen mit Stiften aus Zeichenkolle. Gefüllt mit Helium, schwebt frei in einem Whitebox-Galerie-Raum. Sie hinterläscht Spuren an Wänden, Decke und Boden. Wie ein Computer, der nach Empfang eines Inputs durch die Besucher wunderbare Outputs erzeugt. Titel dieser Arbeit ist Edda. Und deswegen Edda Lovelace, einer englischen Mathematikerin und Tochter von Lord Byron. Edda wollte eine mathematische Formel finden dafür, wie das Gehirn Gedanken produziert und die Nerven Emotionen erzeugen. Im Jahr 1833 begann Charles Babbage, die analytische Rechenmaschine zu bauen. Es war nicht mehr als ein großer analoger Rechner, was wir jetzt in unserem Handy als App haben. Charles Babbage verfasste darüber einen Text und suchte nach jemandem für eine Übersetzung. Und so fand er Edda Lovelace. Sie war so beeindruckt von dieser Maschine, dass sie während der Übersetzung Notizen machte und am Ende waren sie dann viel länger als der Originaltext. Edda sah nämlich diese Maschine mit Augen eines Dichters, eines Künstlers. Das war der wunderbare Moment, wo sie Poesie, Mathematik und Mechanik zusammenbrachte. Ihre Idee war nämlich eine Maschine, die in der Lage wäre, Kunst zu schaffen. Kunstwerke wie Bilder oder Musik, so wie es Künstler tun. Charles Babbage war von dieser fantastischen Idee so beeindruckt, dass er Edda überredete, dies zu versuchen. Und im Jahr 1834 entwickeln sie gemeinsam den ersten Prototyp eines Computers. Babbage lieferte die Maschine, die Hardware, und Edda erstellte dann die erste Software. Auch mich hat diese Idee von Edda Lovelace begeistert. Ich befand mich nämlich gerade auf der Suche nach der ersten Idee, wieso wir überhaupt den Computer entwickelt haben. Und dann, auf einmal, entstanden sofort die Verbindungen zu den postindustriellen Zeichenmaschinen Mathematics von John Tangeli, der Memex-Maschine von Venet-Vabusch und dann auf einmal die Vorhersage des Postdigitalen von Niklas Nikroponte machte auch Sinn. In dem Moment wollte ich diese wundervolle, zündende Idee reanimieren. Für eine poetische, kunstmachende Maschine. Aber es sollte eine Maschine von heute sein. Und die Technologie von heute ist die Nanotechnologie, die mit Kohlenstoff, Helium und Silizium arbeitet. Das hier ist ein Nanoroboter, der Neuronen in unserem Gehirn reparieren kann. Ich wiederum habe ein wenig die Größenverhältnisse manipuliert und mit Silikon, Kohle und Helium einen Silizium-Carbon-Hybrid ins Leben gerufen. Eine kinetische Skulptur, eine Zeichenmaschine, eine analoge oder man kann ja auch sagen, eine postdigitale interaktive Installation. ADA als ein postdigitales Werk braucht keine Hardware oder Software. Dennoch könnten wir auch sagen, dass Galerie ist die Hardware, ADA ist die Software und die Besucher in eine Open-Source-Methode geben dann die Befehle. Das Ergebnis ist eine Zusammenfügung von Linien und Punkten, eine visuelle Dokumentation der Performances und eine unmittelbare Demonstration, die viele Interpretationen zulässt. Aufgrund der Copyright-Diskussion von heute entsteht hier eine sehr interessante Frage. Was genau ist hier das Kunstwerk? Mein Ballon? Die Zeichnungen? Oder beides? Egal wie sich die Besucher auch anstrengen und versuchen, ADA zu kontrollieren, sie dazu zu bringen, das zu machen, was man will, sie zu domestizieren, bemerkt man sehr bald, dass ADA ein emanzipierter Performer ist. Sie folgt niemandem hundertprozentig. Diese Erfahrung in der Interaktion mit ADA ist für den Besucher so neu, dass es ihnen nicht möglich sei, auf die alten Erfahrungen zurückzugreifen. Und so notgedrungen und unbewusst fangen sie an, Intuition zu benutzen. Und hier, denke ich, aktiviert ADA einen uralten menschlichen Instinkt. Damals hinterlassen die Menschen ihre Handabdrücke an den Wänden der Höhlen. Hier bei ADA hinterlassen die Besucher Spuren an den Galeriewänden. Ich denke oft darüber nach, wenn ich die Leute in der Interaktion mit ADA so beobachte. Je mehr ADA von den Besuchern verbraucht wird, je mehr sie von dem Kohlenstaub bedeckt wird, desto lebendiger erscheint sie. Sogar ich, die sie gebaut hat, manchmal bekomme ich den Eindruck, die Illusion, dass sie ein lebendiges Ding sei. Und das ist genauso wie in der Nanowelt, wo es keinen Unterschied ausmacht, ob es sich hier um eine lebendige oder nicht lebendige Materie handelt. Soviel zu ADA. Danke. So, thank you so much, and I hope to meet you somewhere in the world. thing you do. I hope to meet you. Thank you. Thank you. Thank you. Vielen Dank.